Hey Tobi! Theresa hat Guitar Hero mitgebracht. Bist du bereit? Diesmal machen wir dich fertig. Tobi ist da! Hi Tobi! Hannah kennst du ja, ne? So, Theresa will eine Revanche. Ja, ich mach dich voll fertig. Diesmal kannst du auch die Farben machen. Super, hauptsache ihr keine Farben. Oh, wir könnten heute Abend noch was anderes machen. Was denn? Vanessa hat mir gerade ein SMS geschrieben. Da wär auch noch ne Party. Adi, wir haben doch Guitar Hero ausgemacht, oder? Aber das können wir immer spielen. Außerdem haben sie Freibier. Noch morgen ein Spiel. Und es dauert bestimmt wieder ewig. Wir müssen ja nicht ewig bleiben. Und wir müssen noch ewig viel trinken. Guitar Hero! Party!